Hallo, ich darf mich heute kurz vorstellen. Ich bin Anna Breik vom Obstbau Breik aus Ristisse. Wir sind heute auf dem Ulmer Wochermarkt, verkaufen hier unsere Produkte, unsere Äpfel aus eigenem Anbau. Burna haben wir Säfte aus unseren eigenen Äpfeln, auch Liköre selber gemacht aus unseren eigenen Produkten. Vor allem unsere Beeren sind unsere Spezialität, die wir das Sommer über verkaufen. Da reicht unser Sortiment von Erdbeeren über Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren. Alles aus unserem eigenen Anbau, alles von meinem Vater und mir selber geerntet. Und diese Produkte verkaufen wir hier in Ulm auf dem Wochermarkt mittwochs und samstags. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mal besuchen kommen. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017